so willkommen youtube zurück bei desi origins wir haben letztes mal beim schnitt noch ein bisschen weiter gezockt sind hier auf den berg hochgelaufen wir haben versucht meinen bruder relativ sicher hier hoch zu begleiten da der mit seinen internetproblemen mehr geflogen als gelaufen ist also immer zwei meter vor ein meter zurück war sehr lustig anzusehen habe ich aber nicht auf video ist aber auch egal denn es wird jetzt jeden moment hier erscheinen hat sich zwar fünf minuten vor mir eingeloggt ja musste mich aber wieder ausloggen da windows und spiele nicht so gut kompatibel sind insofern da ich meinen sound auf meinem fernseher gelegt hatte der mit meinem rechner verbunden ist und dann das spiel gestartet habe und während man im spiel drin ist kann man den sound nicht mehr umlegen der bleibt dann komischerweise auf dem fernseher fagten fragt mich nicht warum ganz genau hier falls ihr eine gute idee habt das zu umgehen indem man das spiel neu startet und das richtig stellt wenn es eine bessere lösung gibt können das ja gerne in die kommentare schreiben ganz genau das wäre mir sogar lieb bist du gerade am schoss schießen gewesen ich habe schüsse gehört links also drin ja ich bin schon drin ich habe auch gerade grüne nameplates gesehen ich hoffe das warst du ich laufe hier durch die gegend aber ich habe keinen schießen gehört ich habe schüsse gehört es war wo ich mich eingeloggt habe direkt wer ist everybody everybody ist kong fu fighting wo bist du in der warte kurz ich schreibe gerade kong fu fighten muss ich auch mal ein sämter zugeben da bin ich peter direkt vor dir wie ich stimmig aber der das kam echt geil dabei hat es direkt gecheckt man ja ist ja cool alter cooler typ man was machen wir jetzt überhaupt wir sind hier mit einem berg wird aber da hoch und check mal ab soll ich ja du hast das visier ich habe bei der klasse komplett hoch klein blätter ab es ist wirklich die schlecht animierteste leiter dich jemals in einem video der vor allem bleibst du da ja das ist die wirklich schlecht animierteste leiter im ganzen game weil du da einfach mittendrin stehen bleibst wenn du auf der etage bist nicht dass du einfach mit 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 a drücken oder d drücken nach links und rechts einfach gehen könntest ich hänge fest ja ja ok ich sehe es du musst weiter hoch du musst noch mal drücken einfach noch mal mausrad drehen und nochmal kleinbleiter ab ja das ist halt behindert wir hätten das hier schon so ruhig so machen können wie bei ähm wie bei äh counterstrike von mir aus ja das einfach dran geht aber das wäre alles surreal gewesen ne da geht halt die realität wieder verloren ja aber alter welcher mensch braucht drei sekunden um erstmal darauf klar zu kommen dass er eine leiter hochklettert das ist nicht realistisch ja gut da können wir auch schon bei waffenwechsel eigentlich weitermachen ja welcher mensch bleibt spielen für den der stehen bleiben muss in der tat ich bleib hier zwischendrin stehen ich komme da nicht raus ich kann da nicht stehen bleiben weil ich da nicht raus kann bei mir wackelt hier der ganze tor und lass mal lieber wieder runter gehen ich bin schon ganz oben ich hab eins dass ich hier runter falle oh 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 ja bei mir auch alter ich geh jetzt runter ist mir zu gefährlich hier dieses buggy game also ist ja oh ich kann hier sogar anklicken drop down ladder ne da muss ich jetzt mal schnell 0 und 1 drücken aber wenn ich ins visier gehe das ist halt nur der turm der wackelt nicht nicht das gelände ich kann halt das ist wie als wenn jemand ganz schnell von meinem visier hin und her wedeln würde mit der hand ich würde sagen wie oh 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 ich falle runter oh 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 das war knapp nein nicht waffe wechseln runterklettern ich bin jetzt gleich ganz unten ich kletter grad die letzte Ebene runter ich würde sagen wir gehen nochmal nach mitowice oder ja gestern war es ja nacht gestern war es ja nacht wo wir da waren dunkel war es der mond schien helle als ein wagen blitzeschnelle langsam um die ecke fuhr drinnen saßen stehend leute schweigend ins gespräch vertieft als ein totgeschossener hase auf der sandbank schlittschuh lief nein du beeindruckst mich jeden tag aufs neue was du alles für sachen in deinem kopf behalten kannst ne ja einfach nur bullshit angefangen bei kleine taschenlampe brennen über dieses draus vom walde komm ich her ja so wo bin ich hier gerade okay wir sind ja hier da auf dem funkturm aber warte mal mir fällt rein ich muss noch die taviana map laden ach ja guter plan jetzt im blick schnell die habe ich als shortcut schon mito vc mit drogen ja da können wir da direkt einfach nach osten gehen dann sind wir doch schon direkt an der feuerwache so machen wir das dann mach ich mir da schon mal direkt einen punkt hin machst du dir da einen punkt hin also ach fuck ich hab falsch gedrückt warte backspace 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 so gut okay Ich möchte gucken, ob du einen Gegner siehst. Ich check mal so die rechte Seite ab, du guckst die linke. Wir Augen sehen ja bekanntlich mehr als zwei. Ja, geht so. Ich bin halb blind. Wieso? Weil ich immer alles Wichtige übersehe. Dich ist schlecht, Peter. Dich ist schlecht. Ich bin mir aber sicher, dass das eben keine Schüsse waren, was du da gehört hast, oder? Weil ich hab Schüsse gehört. Weil ich hab nix gehört. Warte mal. Ich hab einen weißen Punkt. Ich nicht. Da hinten. Guck mal, siehst du, wo ich hingucke? Ich weiß halt nicht, was es ist. Ah, das ist ein Hase. Okay. Hasen können auch weiße Punkte sein und Tiere, ne? Mhm. Ich hab zwei Stück auf der linken Seite. Echt? Zwei kleine weiße Punkte, ja. Drei. Drei, ja, ich auch. Warte mal, bleibt nur stehen. Jetzt sind sie weg. Da hab ich bestimmt auch Hasen. Wenn die so schnell weg sind, sind's meistens Hasen. Weil die sind so schnell. Aber die kannst du halt erlegen, ne? Mhm. Ah, ich hab jetzt ne Axt, wir können uns ja so sagen, jetzt Essen machen. Bleib mal stehen. Ja, weiß ich. Deshalb hab ich ja auch geguckt, wären das jetzt Tiere gewesen? Oder was? Da hinten sind Zombies. Drei, vier Stück. Und da ist ein Auto mit einem Totenkopf vorne drauf. Wo? Da parkt ein Auto genau geradeaus, aber da sind alle Reifen dran. So wie's aussieht. Guck mal, genau vorne durch die Öffnung da in dem Zaun. Siehst du? Ja, ich seh das. Aber sind zumindest zwei Reifen dran. Aber keine Scheiben. Aber wenn wir hier Scheiben finden. Warte mal, ich guck mal grad auf die Map. Wir müssen erstmal ne Toolbox finden. Sonst guck doch mal. Ach ja. Ja, aber im Norden, da sind ja die Docks. Da findet eine Straße hin. Wir dürfen halt nicht direkt auf die Docks gehen. Mhm. Das ist auch Loot, siehst du? Sogar Medium Value. Naja, ich würd aber erstmal sagen, wir würden... Ja, wir gehen jetzt erstmal zur Feuerwache, würd ich sagen. Aber warte, bevor wir da jetzt einfach so hingehen. Ja, es ist das Auto checken, ob wir das nicht gebrochen können. Checken wir erstmal, was mit den Zombies geht. Die gehen alle nach rechts. Das heißt, wir können eigentlich straight ahead gehen. Durch die Tannen am besten durch. Ja. Wir müssen nur dran denken, dass da auf jeden Fall noch was zu übersteigen ist, ne? Ja. Oder wir können vielleicht sogar hier drüber gehen. Ja okay, ganz so fit sieht das Auto auf jeden Fall nicht mehr aus. Leere Straßen. Naja, scheiße. Auf der Seite sind natürlich keine Räder mehr. Oh, ist doch immer so. Und auch kein Gear. Mal gucken, was in der Feuerwache abgeht. Ja, pass auf, was ist da ne Falle auf, ne? Die ist nicht mehr da. Server restart wahrscheinlich. Ah ja. Hier liegt ne AK. Hier auch. Ist das liegen da an Magazine? Ne. AK 74 ist das. Ich hab ne... Was hab ich denn? Ne AKS? Ne AKM. Aber wie ist denn das, wenn du dann die Waffe aufnimmst, wenn du zuerst dein Magazin in den Rucksack packst, die alte Waffe wegwirfst... Nein, die Waffe hat ja kein Magazin. Hat kein Magazin mehr? Wenn da kein Magazin beilegt, dann hat die keine. Ja okay. Hier oben liegen nur Bandagen. Hab ich Bandagen genug? Ne, ich hab vier. Und du? Ich guck grad nach. Hier. Zwo. Ich hab nur... Drei. Aber ich hab mein Rucksack auch noch. Nimm dir eine. Vier sind immer gut. Oder hast du... Ah ne, du hast sie ja gar nicht bei dir im Hauptinventar, ne? Doch, doch. Also ja, ich hab... Du hörst ja so massig viele Magazine von deinem Dings. Aber ich hab hier lauter Stuff, den ich eigentlich... Ich kann was essen eigentlich rein, damit ich hier langsamer... Hier ist ein Rucksack gespawnt, so ein kleiner, dieser Graue. Ja, weil ich gerade weggegangen bin. Das war so ein Bullshit. So, dann nehm ich eine Bandage hier rein. Auch ne AKS gibt es. Ich hab nur noch sechs Magazine, aber ich hab drei Rauchgranaten. Vier Rauchgranaten, so viel brauche ich nicht, alter. Schmeiß ich einer raus. Das war da, ach ich werde merken, ne Toolbox. Wir müssen auf jeden Fall nach Standgrad nachher und mal gucken, dass wir ne Toolbox finden. Das fackt voll ab. Ja, definitiv. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Open Assault Pack. Ist aber nix drin. Okay, wo bist du lang gelaufen? Ich bin gerade raus. Ich bin einfach gerade raus. Siehst du mich? Ich hab schon Polizei. Ich check mal kurz hier den Rucksrauber-Frakt. Wie viele Player sind eigentlich da? Man, nicht so viele. Aber der Parameter ist da und der war auf jeden Fall auf unserer Insel. Da war der. Aber der kann jetzt mittlerweile überall sein. So. Irgendwas da raus. Schrotflinten-Munitionen. Das kann ich nicht durchgehen. Kannst auch so ein Bullshit. Noch mehr Schrotflinten-Munitionen und Road-Flares. Ne, brauchen wir nicht. Hier ist das Krankenhaus. Hast du ne leere Dose? Ne, du? Ne, auch nicht. Wollen da eigentlich eh nicht rein, oder? Ne, ich hab sowieso mein Inventar voll. Ich bin eigentlich jetzt gerade nur auf der Suche nach Stalax und nach, äh... Obwohl, brauche ich irgendwas? Ich habe nur... ...ein Bloodpack. Ich habe nur zwei Bloodpacks, ne? Aber muss eigentlich reichen. So oft brauchen wir ja keins. Man merkt es echt. Ich bin vorsichtiger geworden durch der Aziz. Hier steht noch das Fahrrad. Ja. Chill mal gerade. Hier ist halt wieder nichts gespawnt. Oder? Doch. Ne Map. Brauchen wir nicht. Makro FSD, Smoke Grenade Red. Und halt ne Map.